Hallo Leute, ich möchte mich bei euch bedanken. Ihr habt mir in den letzten Tagen so viele Nachrichten, E-Mails und Posts hinterlassen und ihr habt sogar Filme gedreht. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich bin echt gerührt. Das bedeutet mir total viel. Vor allem habe ich auch gemerkt, dass es wirklich etwas gibt, was uns verbindet. Und das heißt, Willi will es wissen. Und wow, jetzt falle ich fast aus der Hängematte vor Freude. Ich habe es wirklich geliebt, für euch als Reporter unterwegs zu sein. Und mich macht es jetzt total stolz und es freut mich total, dass ich ein Teil eurer Kindheit bin. Also nochmal, danke für die Unterstützung.